Hallo und willkommen im Theater Osnabrück. Hallo, wir stehen hier im Foyer Theater Osnabrück. Wir sind von Carolin im Osnabrück und haben hier ein Projekt. Ich heiße Friederike Grünberg, Finja Schlegel, Alexander Kulmer, Angelina Jörgchen und ich bin zwölf Jahre alt, zwölf Jahre alt, dreizehn, äh zwölf. Ich komme vom Carolin im Osnabrück, weil wir von der Schule aus ein Projekt machen, bei dem wir uns mit der Oper Apoll und Höher Zinth auseinandersetzen, weil wir die Oper Apoll und Höher Zinth vorstellen wollen. Ach, es wäre doch eigentlich mal ganz toll, wenn wir irgendwie ein Material entwickeln, in dem vielleicht Schüler Interviews führen und so die ganzen Theaterberufe näher beschreiben. Ich freue mich darauf am meisten, dass wir Videos drehen und uns so ein bisschen im Theater umschauen und so ein bisschen da durchlaufen. Ein tolles Projekt, eine neue Oper, die wir ganz gerne Kindern zugänglich machen wollen. Habt ihr da nicht Lust mitzumachen? Und da habe ich gesagt, na klar, das ist ja genau das, was ich mal damals angesprochen habe, eine ganz tolle Sache. Sehr gerne, ihr könnt das hier raus schneiden, läuft schon. Sieht man dieses Mikro? Ist doch egal, ob man das sieht, oder? Nein, das hat man sonst gesehen. Ne, man sieht es, also im Moment sieht man es nicht.